Ja, herzlich willkommen zu Beyond Perception, liebe Mitmenschen. Ich freue mich natürlich auch heute wieder mit euch zusammen Realität zu entdecken. Ich bin der Simon und darf heute Andreas Beutel als Gast begrüßen. Andreas, du bist Forscher, Autor, Referent und widmest sich der heiligen Geometrie und deren Vermittlung auch über das von dir gegründete Pythagoras-Institut Dresden. Ich glaube, das hast du vor über 20 Jahren gegründet. Ja, also ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammenkommen. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ich bin seit 1997, also 26 Jahre bin ich schon dabei und 1999 habe ich dann mit dem Institut angefangen. Ja, Wahnsinn. Also das sind ja wirklich schon fast drei Jahrzehnte, nicht? Ja, genau. Und genau, was mir natürlich jetzt Wunder nimmt, also du beschäftigst dich so lange schon mit der heiligen Geometrie und bevor wir hoffentlich gleich auch darüber sprechen, was sich da verbirgt und warum das interessant oder spannend oder relevant sein könnte, was mich natürlich interessiert, wie hast du die heilige Geometrie entdeckt und warum hat dich das Interesse erscheinbar seitdem nicht mehr losgelassen? Das ist eine längere Geschichte. Ich versuche es nochmal ein bisschen kurz zu machen. Ich habe zu der Zeit Physik studiert und mich beschäftigt mit der Frage, was ist denn das Universum? Wo kommt denn das her? Wo kommt die Welt her? Und im Physikstudium, das ist relativ trocken. Also in der Situation nimmst du die Formel und in der Situation nimmst du die Formel. Und ich bin eher ein visueller Typ, das heißt, ich muss das Sehen einfassen oder eine Formel. Da muss ich mal ein paar Zahlen reinschieben, um zu gucken, was hinten für eine Kurve rauskommt, was die Formel sozusagen mit den Zahlen macht oder mit den Messwerten. Und in der Zeit bin ich dann auf einen Amerikaner gestoßen, der heißt Drunvalo Melchizedek. Und der hat die heilige Geometrie bekannt gemacht oder wieder bekannt gemacht. Das ist eine uralte Wissenschaft, aber er hat sie wieder bekannt gemacht. Dem einen oder anderen sagt vielleicht die Blume des Lebens was. Das geht auf ihn zurück. Und als ich das gesehen habe, das hat mich einmal berührt, weil er auf der Herzensebene sehr viel transportiert und aber auch inhaltlich. Die Bildsprache der Geometrie war für mich ein besserer Zugang als die Mathematik zur Physik. Und da habe ich gemerkt, oh, da muss ich was tun. Das hat mich angesprochen und habe dann angefangen, mich damit intensiver zu beschäftigen. Und es ist immer mehr geworden. Also das ist dann ja schon ein paar Jahre her, dass ich mich mit Geometrie beschäftige. Also ich habe das Zitat von dir entdeckt auf den Spuren. Der Geometrie führt der Weg ins Herz der Geheimnisse der Welt. Also symbolisier. Wie würdest du heilige Geometrie umschreiben? Was verbirgt sich dahinter? Ich beschreibe es immer so, dass du mit, es sind ja zwei Worte, heilig und Geometrie. Geometrie haben wir in der Schule, aber da steckt ein bisschen mehr da drin. Die Vorsilbe Geo steht für die Erde. In der alten griechischen Philosophie haben die Planeten Götter oder Göttinnen. Und bei der Erde ist die Göttin Gaia. Und dieses Wort Gaia führt zu der Vorsilbe Geo. Also immer wo Geo drinsteckt, hat es irgendwas mit Erde zu tun. Geologie ist das Wort der Erde, Geografie das Zeichnen und Geometrie das Messen oder das Maß der Erde. Man kann es auch sagen, das Maß der Göttin. Und heilig, sagen manche oder würden die meisten wahrscheinlich auf Religion tippen. So vom ersten Impuls. Aber heilig kommt eigentlich von ganz, allumfassend. Wir gehen zum Heilpraktiker, um heil zu werden. Da wollen wir nicht heilig werden, sondern wir wollen ganz oder eben gesund werden. Und in dem Sinne ist also heilige Geometrie die ganze oder allumfassende Geometrie. Was ist dann allumfassend, könnte man fragen. Dann wäre es also einmal vielleicht der materielle Teil und der spirituelle Teil, dass man die beiden wieder zusammenbringt. Oder auch eben alle Wissensebenen zusammenbringt. Also wir bringen in der heiligen Geometrie, wir erfinden das nicht neu, das Rad. Wir sagen, wir haben keine Lösung für die Quadratur des Kreises. Die ist geometrisch nicht möglich. Aber hinter den geometrischen Gesetzen gibt es immer auch spirituelle Lebensgesetze, die man da drinnen erkennen kann. Und das macht die heilige Geometrie also heilig. Und gleichzeitig, wenn du in der Schule lernst, hast du so, naja, alles, was man rechnen kann. Und alles, was man zeichnen kann. Aber das hat nichts mit dem Leben zu tun. Und bei mir geht es darum, dass eigentlich jede Formel, jede Zeichnung immer auch etwas mit mir zu tun hat, mit dem Leben. Und das berührt einen Menschen wieder und führt dann auch zu so einem Empfinden von Heiligkeit. Aber eben in einem heilsamen Heiligkeitsempfinden. Jetzt haben wir ganz viel heilig gesagt, aber das ist heilige Geometrie. Also die Kronsprache der Natur, der Menschen, der Pflanzen, der Tiere und so weiter. Warum empfinden wir ein Gesicht als schön zum Beispiel? Warum ist unsere Hand gebaut, wie sie ist? Warum wächst eine Pflanze, wie sie wächst? Warum ein Atom und so weiter? Das sind alles Fragen, die die heilige Geometrie beantworten kann. Also eigentlich, wie sich mit dem, sag ich mal, Bauplan der Schöpfung auseinandersetzen oder? Ja, ganz genau. Richtig. Über diesen Bauplan sozusagen die Schöpfung vielleicht erst entdecken oder? Also du hast gerade schon zwei Sachen angesprochen, dass da irgendwie, also das, was mitkommt, auf der einen Seite kann man das irgendwie intellektuell sich anschauen, aber du hast auch gerade das Wort Empfinden benutzt. Also dass da eben auch ein emotionaler Zugang oder eine Wahrnehmung sich öffnet. Es macht etwas. Die Schönheit berührt einen Menschen. Wir tun immer Emotionen wegdrücken oder Gefühle wegdrücken und ich forciere das ein bisschen in der Geometrie. Also dass wir sagen oder wenn ich dir zeige, dieses Gesetz findest du in der Pflanze dort und im Menschen da und im Atom da und in der DNS dort. Ja, und dann noch im Planetensystem auch noch. Dann tut das was mit dir, weil das nicht mehr getrennte Aspekte sind. Ja, das eine, da gehst du zum Physiker, der andere, da gehst du zum Biologen, zum Mediziner. Das ist streng getrennt, hat nichts miteinander zu tun. Und jetzt kommt jemand und sagt, nee, nee, das hat schon was miteinander zu tun. Es gibt einen Bauplan, der sich überall gleich ausdrückt. Es gibt nicht die Trennung zwischen kleiner Materie und großer Materie, sondern es ist ein Bauplan, der überall vom Großen bis ins ganz Kleine ist. Und das triggert etwas an. Und wir sind ja nicht getrennte Beobachter von der Welt. Wir können ja nicht sagen, da ist die Welt und da bin ich, sondern wir stecken ja mittendrin. Und das macht etwas mit uns. Oder diese Gesetze sind auch in uns drinnen. Und wir sind eben trainiert, in einer logisch strukturierten Weise immer zu denken und zu handeln und Emotionen weitestgehend möglichst draußen zu lassen. Wo ich dann aber sage, nee, lass sie jetzt mal bitte drinnen. Drück das mal nicht weg, wenn du jetzt ein Schönheitsempfinden hast oder ein Ganzheitsempfinden. Dass die Menschen wieder in Kontakt kommen mit so einer Art Sinn oder dass sie spüren, es gibt einen Sinn in ihrem Leben. Und ich möchte da keine Vorschriften machen, weil ich der Meinung bin, jeder hat sowieso diese Quelle in sich und den Zugang zu dem Sinn. Und ich darf diesen Zugang nur nicht verbauen mit irgendwelchen Konzepten. Ja, das ist der Gott der Bibel oder das Koran oder was auch immer. Darum geht es nicht. Es geht um die Quelle, die in jedem drin ist, um nichts anderes. Und die Geometrie zeigt das und berührt den Menschen und hilft, sich wieder da einzulassen auf diese innere Quelle und auf das Portal oder auf die, ja schon Quelle, ist das beste Wort. Du sagst, was mir jetzt direkt in den Sinn kommt, du hast, ich glaube, Gesetzmäßigkeiten oder Gesetze, glaube ich, gerade gesagt, oder auch diese Allverbundenheit oder dass sich diese Muster immer wieder spiegeln. Da kommen wir ja direkt auch diametrischen Gesetze in den Kopf oder dieses im Innen so im Außen oder alles ist Geist. Ja, zum Beispiel. Oder ein sehr bekanntes wie oben so unten. Und wie unten so oben. Und das haben wir in der Geometrie sehr deutlich. Also das ist das, was ich mit am meisten verwende, eben zu zeigen, kleine Gesetze, die im Kleinen gelten, sind auch im Großen vorhanden. Ja, das, wenn wir wie oben so unten sagen, mal versuchen, ein Beispiel zu machen. Wir haben, wir leben auf einem Planeten, Erde, und der wird umkreist von einem Mond. Und das könnten wir jetzt eine Maßstabsebene nennen. Gehen wir eine Maßstabsebene höher, also gehen wir ein Stück weiter weg, dann haben wir eine Sonne und die wird umkreist von Planeten. Und gehen wir wieder ein Stück weiter weg, dann haben wir eine Galaxie und die wird umkreist von Sonnen. Und wenn du die Galaxie oder das Planetensystem oder das Sonnensystem anschaust, dann hast du immer irgendein Zentrum, also Planet, Sonne oder Galaxie, ein Zentrum und eine Scheibe, wo die Planeten kreisen. Und jetzt gehen wir mal ein paar Etagen tiefer und nehmen zum Beispiel einen Apfel. Also bei der Sonne oder bei der Galaxie muss man auch dazu wissen, man spricht heute von schwarzen Löchern, was ich jetzt nicht ganz so glücklich finde, aber es gibt in der Mitte nochmal so eine Hauptachse, die da durchgeht, so einen Energiekanal. Und beim Apfel hättest du den vom Stiel zur Blüte und in der Waagerechten liegen dann eben nicht die Planeten, sondern die Samen. Oder in der Zelle, wenn die Zelle sich teilt, dann ordnen sich für einen Moment die Chromosomen eben in so einer Scheibe an. Da gibt es einen Nordpol und einen Südpol und dazwischen gibt es eine Achse und in Waagerechten dann liegen die Chromosomen für einen Moment. Und das sieht man dort, dass also wie oben so unten, wie unten so oben, wie im Großen so im Kleinen und so weiter, das wird ja immer wieder das gleiche Muster haben. Und das ist genau das, was ich sage. Das ist also das große Bild zeichnen, wir das Bild zeichnen können mit der Geometrie und dass das etwas macht mit den Menschen. Oder? Also dann auf der einen Seite erklärst du das oder zeigst du diese Zusammenhänge, aber dann erschließt sich dadurch dann auch eine Wahrnehmung über das Konzept hinaus? Es gibt zwei Wege. Also wir können einen reinen Geometriekurs machen. Da sind wir mehr philosophisch unterwegs und also wir kommen von der reinen Mathematik automatisch in die Philosophie, in das Gespräch über Gott, sage ich mal, oder über das Universum. Und das andere ist, dass ich auch Herzseminare gebe, das ist das zweite Standbein, was manche eben vielleicht verwundert, wieso macht er jetzt Herzseminare oder schreibt Bücher über das Herz und gleichzeitig macht er Geometrie. Wenn ich jetzt anfange mit Herz, dann kommt der Verstand und sagt, wieso denn jetzt Herz und wieso Gefühle und das hat doch nichts mit unserem und so weiter. Da muss ich oder da kann ich die Geometrie nehmen, um dem Verstand Futter zu geben oder Konzepte, damit er das akzeptieren kann, dass er sich auf das Fühlen einlassen kann oder auf das Herz. Und es ist in einer gewissen Weise auch eine Geistesschulung, wo es also darum geht, wie denke ich denn richtig? Das kriegt man ja so erstmal nicht beigebracht. Beziehungsweise bloß, weil ich einen Impuls habe, da habe ich automatisch daran gedacht, heißt das ja nicht, dass das richtig ist, dass ich automatisch daran gedacht habe. Und manchmal ist die erste Antwort nicht die richtige zum Beispiel. Also wir nehmen die Geometrie, zeichnen etwas oder schauen uns Bilder an und das macht etwas mit den Menschen und dieses, das macht etwas, dieses Gefühl, was da angesprochen wird, das können wir dann nehmen und sagen, so jetzt erlaube dir dieses Gefühl mal zu fühlen. Was macht denn das mit dir? Oder wo führt denn dich das hin? Oder wenn du jetzt fühlst, es gibt, das sieht ja doch so aus, es gäbe es einen Sinn. Jetzt haben wir auf der einen Seite dieses Gefühl und ich steigere das, ich erlaube mir das. Und jetzt gucken wir uns mal meine Partnerschaftsprobleme an oder meine Lebensgeschichte oder die Weltgeschichte und beleuchten das eine jetzt mit dem Gefühl, dass es einen Sinn gibt. Und plötzlich lösen sich vielleicht Fragen, die in der persönlichen Geschichte stehen, lösen sich in dem Licht von dieser Einheit auf oder erweitern sich oder geben dir vielleicht auch Hoffnung, bringen dich zu einem neuen Standpunkt oder zu einer neuen Information, wo du sonst gesagt hast, ja, das ist ja Quatsch oder ja, Beziehung ist nun mal nie einfach zwischen Mann und Frau. Und plötzlich merkst du, das Herz, das spricht nicht so, wie wir jetzt mit Worten sprechen. Das Herz spricht mit Gefühlen. Aber wenn wir die immer nur wegdrücken, bringt uns das nichts. Dann hören wir diese Stimme nicht. Und die Stimme ist halt sehr leise. Man kann, also es ist nicht, Gott brüllt uns nicht an oder das Herz brüllt uns nicht an. Halt an, mach das falsch. Ja, sondern ich vergleiche so, du stehst am Strand mit den Füßen im Wasser und dann kommen so Wellen. Und die umspielen deine Füße und sagen, komm, mach doch mal, geh doch mal den nächsten Schritt. Und jeder hat vielleicht das in seinem Leben, dass so ein bisschen immer ein Hoffnungsimpuls kommt und er traut sich nicht. Aber das Herz ermutigt einen, immer wieder weiter zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen, noch eine Stufe mehr aus sich heraus zu holen. Und das geht eben mit der Geometrie gut, eine Brücke zu bauen und dann aber auf der anderen Seite das Fühlen wieder zuzulassen oder zu öffnen und einzulassen in meine Realität. Spannend, eigentlich den Verstand sozusagen ein paar Antworten zu geben auf die Fragen, sodass, okay, so ist das. Ja, aber nicht, um den Verstand ruhig zu stellen, sondern wirklich ehrliche Antworten. Ja, also die haben auch einen Sinn. Wir haben ja den Verstand, deswegen dürfen wir auch benutzen und er darf auch Futter bekommen. Das ist völlig legitim, dass der Verstand Fragen stellt. Es gibt Konzepte, die sagen, du musst den Verstand ausschalten, der ist böse oder so. Aber das ist nicht mein Ansatz. Man muss natürlich dem Verstand auch die Wahrheit sagen, du wirst nie die Welt komplett verstehen können mit dem Verstand. Das muss ich dem Verstand natürlich auch beibringen, auch wenn ihm das nicht gefällt. Aber dann, sagen wir mal, kann er trotzdem zumindest akzeptieren, wo die Grenze ist, wo der Verstand schweigt oder, oder, oder. Würde das da bedeuten, dass eben die heilige Geometrie auch nur ein Versuch, ein Konzept ist, etwas abzubilden, was aber letztlich nicht komplett abbildbar ist? Du kannst mit keinem System die Realität komplett abbilden. Das geht gar nicht. Aber die Geometrie hat nie den Anspruch, vollständig und komplett zu sein, also so wie ich sie verstehe. Sondern ich gehe davon aus, dass es das Wissen, es ist einmal, das ist die äußere Information und das andere ist der Funke in dir. Und ich gehe davon aus, dass jeder, der sich damit beschäftigt, diesen Funken hat, weil wir alle aus der gleichen Quelle kommen, aus der gleichen Schöpfung kommen. Und das verbinde ich eben in der Geometrie oder das verbindet die Geometrie mit diesem inneren Impuls. Und dadurch schließt sich der Kreis. Also wir sagen, wir können es nicht komplett erklären, aber wir können es fühlen. Und ich kann dich eben, ich kann das, was ich fühle, dich auch fühlen lassen, indem ich dich mit Worten, Bildern und Grafiken an die Grenze des Verstandes führe. Und dann sage ich, so, jetzt musst du aber selber springen. Ich warte auf der anderen Seite auf dich, aber du musst jetzt springen. Weil mit Worten kommen wir hier nicht mehr weiter. Wenn wir jetzt im Vortrag oder im Seminar, da habe ich einen Wissenschaftler oder einen Erzskeptiker, der dann, ja, aber das ist doch unlogisch. Oder nee, also das hat doch sowieso schon probiert und das hat doch nicht funktioniert. Und der die ganze Zeit immer wieder und Fragen und aber wenn und was. Und dann muss ich halt irgendwann sagen, stopp, bringt uns nicht weiter. Jetzt hör mal auf zu denken. Jetzt mach es einfach mal. Hör auf, guck es dir an, wie fühlt es sich denn an? Ja, und sich aufs Fühlen einzulassen, ist ja keine Bedrohung. Da passiert ja nichts. Ja, das ist natürlich unbekanntes Terrain. Ich kann es nicht kontrollieren. Aber wenn du ehrlich bist, und das musst du logisch dann irgendwie auch einsehen, hast du keine Kontrolle. Du hast über nichts Kontrolle in deinem Leben. Du kannst es probieren. Vielleicht hast du eine Angst, davor Kontrolle abzugeben. Aber letzten Endes hast du keine Kontrolle. Du denkst, du hast dein Leben organisiert. Dann gehst du aus dem Haus, kommt ein Auto um, fährt dich um. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Aber als Beispiel, wir hoffen alle, oder wir machen eine Wette auf die Zukunft. Wir hoffen, dass wir ewig leben. Oder wir leben, als würden wir ewig leben. Aber letzten Endes, irgendwann kommt der Hammer sowieso. Also kann ich diese, manche haben ja gesagt, lass den Tod dein Lehrmeister sein. Also wir können die Endlichkeit unseres Seins, so dramatisch wie das ist, auch in die Gleichung mit einbeziehen und sagen, okay, dann kann ich auch gleich sterben. Also sterben im Sinne, ich lasse jetzt die Kontrolle lobst. Und weil wir ja vorhin das Bild oder diesen Satz aus den hermetischen Gesetzen hatten, wie oben, so unten. In der Mathematik würde man sagen, das Prinzip ist das Fraktal. Also ein Fraktal ist eine gebrochene Struktur, wo sich immer wieder das eine im anderen schachtelt. Da hast du ein Fünfeck, da zeichnest du ein Fünfstern ein, und in der Mitte von dem Fünfstern hast du wieder ein Fünfeck. Dann hast du wieder ein Fünfstern ein, zeichnest ein Fünfeck und so weiter. Ja, und im Prinzip, unser Leben im Großen, im Schnelldurchgang, wir krabbeln aus der Gebärmutter, leben unser Leben und irgendwann springen wir in die Kiste. Oder wie, was ist das für ein Tier? Es beginnt auf vier Beinen, dann läuft es auf zwei Beinen und irgendwann läuft es auf drei Beinen. Ja, das ist das Kind, was halt krabbelt, dann der Mensch steht und irgendwann läufst du mit dem Stock und dann... Oder mit zwei Rädern. Oder mit zwei Rädern, ja genau. Und das Sterben und das Geborenwerden ist sehr ähnlich. Und wenn wir jetzt mal Fraktal denken, das Kleine im Großen, dann ist dein Tag ja auch ein Fraktal. Du wirst, du krabbelst morgens aus der Bettdecke raus, du wirst geboren und der Tag beginnt und abends stirbst du. Ja, manchmal sagt man über den Schlaf, das ist der kleine Tod. Du kannst noch alle möglichen Pläne für den Tag haben. Nee, das muss ich noch machen. Aber irgendwann musst du sagen, okay, jetzt ist es ist doch Zeit, schlafen zu gehen und dann musst du loslassen. Ja, dann musst du aufgeben, legst dich ins Bett, vertraust dem Leben, dass du morgens wieder aufwachst und dann beginnt ein neuer Tag und das ist wie ein neues Leben. Ja, wenn du, du möchtest Veränderung im Großen haben, du möchtest fitter sein oder entspannter oder so, dann musst du in dem kleinen Leben im Tag die Meditation oder den Sport einbauen, damit es sich im Großen zeigen kann. Aber es ist das gleiche Prinzip. Und aus der Geometrie würden wir jetzt sagen, es gibt eine Grundform. So, Schöpfung beginnt mit einem Kreis und Kreis oder Kugel ist das Urbewusstsein, bewegt sich an die Oberfläche und er schafft noch eine zweite Kugel. Und diese zwei Kugeln überlappen sich und ergeben so eine, kann ich mit den Fingern schlecht zeigen, nennt sich Fischblase. So, und die Fischblase ist also eine Linse, sagen wir mal von der Seite, so hier. Und das ist die Form der Gebärmutter oder der Vulva. Das ist das Tor, durch das du auf die Welt gekommen bist. Und wenn du deine Bettdecke hast, dann hast du die Matratze und die Decke drüber und dann ist es auch eine Fischblase, aus der du morgens wieder geboren wirst. Nur als ein Beispiel. Oder um das Bild fortzuführen, die Worte, die ich hier sage, existieren in meinem Bewusstsein und müssen durch ein Portal in den Raum gehen. Also aus der Einheit, aus der Kugel, im Symbolischen, gehen wir hinaus in die Zweiheit, die Zweikreise. Und das Portal, der Übergang ist die Fischblase, diese Linse. Die Worte, die ich sage, existieren hier in meinem Bewusstsein und müssen durch irgendein Tor in die Welt hinaus. Und das Tor ist der Mund. Und die Form des Mundes ist eine Fischblase. Und geometrische Muster sind eben immer geschachtelt. Das Fünfeck ist im Fünfeck, ist im Fünfeck, ist im Fünfeck drin oder das Quadrat im Quadrat oder so. Und wenn wir jetzt sagen, das ist eine Fischblase, dann hast du die nächste geschachtelt hier von der Nase zum Kinn. Das ist jetzt um 90 Grad gedreht. Und die nächste ist dann um 90 Grad hier dein Kiefer. Ohne die Haut, aber es ist immer noch das Gleiche. Das ist ein Beispiel, wo du siehst, wie die Geometrie zeigt, wie Realität aufgebaut ist. Oder ein weiterer Aspekt, ganz kurz noch, wenn wir bei der Fischblase sind, die einzelnen Schritte der Geometrie haben aus bestimmten geschichtlichen Erwägungen heraus einen Bezug zu der Schöpfungsgeschichte, wie er in der Bibel dargestellt ist. Wir sind keine Religion, wir sind keine Kirche, aber in dieser Schöpfungsgeschichte ist irgendein altes Wissen drinnen gelandet, von irgendwoher erzählt. Und dort wird gesagt, am ersten Tag, Gott sprach, es wäre Licht und es ward Licht. Und die Bewegung des Bewusstseins aus der Kugel an die Oberfläche ist der erste Tag und da entsteht die Fischblase. Und jetzt kannst du das Auge angucken als Lichtempfänger und siehst sozusagen die Geometrie des Lichtes auch im Auge. Und wenn wir das geometrisch machen, dann sehen wir, wie das Auge aufgebaut ist, dann sehen wir, wie die Iris aufgebaut ist, wie die Pupille aufgebaut ist, wie die Maße dabei entstehen. Und das Zeichnen, du hast jetzt vor dir das Blatt, was du gerade gezeichnet hast, das berührt auch etwas in dir. Du könntest so weit gehen und sagen, jetzt lass mal die Information in dich hinein und stell dir vor, dort ist der perfekte Bauplan für dein Auge. Und fühl mal, wie das Auge besser sieht, wenn es sich erinnert an den göttlich perfekten Plan für das Auge zum Beispiel. Und dann, das kann man nicht mehr mental machen. Da kannst du jetzt natürlich anfangen zu fragen, ja, aber wie ist jetzt die Informationsübertragung von hier nach hier und ist das wissenschaftlich untersucht? Hat das ein Arzt mal getestet oder nur Ärzte dürfen heilen? Da kommst du nicht weiter, sondern du musst einfach an irgendeinem Punkt sagen, okay, ich probiere es einfach mal aus. Ich habe ja nichts zu verlieren. Entweder es ändert sich was in meinem Sehsinn oder nicht. Und wenn, ist es eine schöne Idee. Okay, aber selbst die schöne Idee hat ja schon eine Auswirkung auf dich. Ja, wir, wenn du, stellen wir uns vor, du denkst an eine Zitrone und wir machen das so richtig lebendig. Du hast die jetzt in der Hand, die ist aufgeschnitten, du riechst dran und dann merkst du diesen säuerlichen Geruch und dann wird Speichel ausgeschüttet. Aber du hast keine Zitrone, ich habe keine Zitrone, die Zuschauer haben jetzt auch keine Zitrone, aber sie haben das möglicherweise gemerkt, da tut sich was im Mund. Nur durch das Bild, was ich erscheine. Und wenn ich jetzt sage, das Bild, was ich zeichne, hat die Heilinformation für dein Auge oder für deinen Körper oder, 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 denn passiert etwas in dir. Und es ist nicht nur, dass ich, dass es passiert, weil ich das sage, sondern es ist wirklich, dass dieser Bauplan in Resonanz steht mit dem eigentlichen Bauplan. Also in dem Sinne, ich sehe das Urbild und nicht das, also später, das Abbild in der Materie muss nicht da sein, wenn ich mich mit dem, mit dem Urbild zu sagen verbinde. Genau, das wäre dann der nächste Schritt, zu sagen, okay, jetzt muss ich gar nicht das Bild malen oder angucken, sondern ich, ja, okay. Okay, oder in Bezug auf, ja. Spannend. Und dann, also, wie soll ich das formulieren? Also, ich sage mal, diese heilige Geometrie, die umfasst dann, also die, 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 einmal die, sage ich mal, die, die Mathematik, die, die Geometrie, also Flächen, Körper, aber auch Musik, Astronomie. Ja, Farben, ja, Farben, Kristalle, Embryologie, Biologie, Chemie, du kannst alles da drin sehen, weil du kannst letzten Endes, sagen wir mal, die Wissenschaft versucht ja nur, den Bauplan rauszufinden. Ja, und wenn ich jetzt komme und sage, das ist der Bauplan, dann ist, ist ja alles in dem Bauplan drin. Eine Galaxie kann nicht wachsen, ohne die Gesetze der Physik zu beachten oder die Gesetze der Geometrie zu beachten. Ja, das, das sind universelle Gesetzmäßigkeiten, die wir da haben und die man eben zeigen kann. Also, das heißt eigentlich, egal welchen Teilbereich von dem, was wir als Realität erfahren, wir anschauen, wir entdecken immer wieder die gleichen Körper, Muster, Konstanten und so weiter. Ja, und das, was mich jetzt noch ein bisschen interessieren würde, also das Herz erwähnt, ja, und ja, also wenn ich meine eigene Reise anschaue, dann, ja, habe ich oder erlebe ich wahrscheinlich das, was viele in unserer Gesellschaft erleben. Also, ich habe einen großen Teil meines Lebens, sage ich mal, aus dem Kopf beobachtet, verfolgt und versucht zu kontrollieren, ja, und ich habe es dir vorher kurz gesagt, jetzt eigentlich über die letzten Jahre öffnet sich, sage ich mal, die Wahrnehmung über, ja, den Ausschnitt, der mir für lange Zeit, ja, als, als einzige Realität so verfügbar stand, ja. Jetzt, vielleicht kannst du da, also, ich weiß, ich habe gesehen und ich habe auch natürlich noch andere Gespräche von dir angeschaut, also du redest oder schreibst ja auch über die Merkaba, was ist das sozusagen eine geometrische Figur, die, sage ich mal, mit dem Leben an sich in Verbindung steht? Also, wie, 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 wie soll ich das umschreiben? Also, wie, in welchem Zusammenhang, also bezeichnet das ja, glaube ich, als Lichtkörper, ja, also, wie, in welcher Verbindung steht das jetzt mit dem Herz oder das Herz zu öffnen oder weiter zu öffnen? Das ist ein bisschen größeres Bild, was wir malen müssen. Wir beide sehen uns ja jetzt nicht physisch und wenn jetzt jemand dieses Interview anguckt, dann hat er uns auch nicht vor sich, sondern er hat irgendein technisches Gerät. Aber im Allgemeinen wird er verstehen, das ist ein technisches Gerät und die, die da sprechen, haben das irgendwo aufgezeichnet. Die sitzen jetzt nicht in meinem Monitor oder in meinem Laptop oder in meinem Handy drin. Jetzt kannst du, würden wir uns persönlich sehen, ja, und du würdest mich anschauen, dann würde ich dir sagen, du siehst mich, also du siehst meinen Körper, aber mich siehst du nicht. Genauso wie ich dich nicht sehe. Ich sehe deinen Körper, ich sehe dein Gesicht, deine Kleidung und gehe davon aus, dass du dein Sein entsprechend deiner inneren Empfindung geformt hast. Aber tief drinnen bist du eigentlich formlos, strukturlos, ewig und unzerstörbar. Du hast nur jetzt eben für diese Zeit, für diese Lebenszeit, diesen Körper angenommen. Und wenn du von Lebensreise sprichst, jeder, der ein Stück Lebenserfahrung hat, wird ja merken, das Auto ist weg, das erste Auto ist weg, das zweite Auto ist weg, das dritte vielleicht, das Lieblingshemd ist weg. Die Haare sind auch weniger geworden oder grauer oder was weiß ich. Ja, das vergeht alles, aber die Stimme, die drinnen in uns ist, ist immer die gleiche. Und wir kämpfen drum, uns mehr zu entfalten oder das, was wir empfinden, was wir lernen, was wir besser machen müssen oder wo wir merken, oh, da habe ich aber nicht nach meinen Idealen gehandelt oder so. Das schrittweise nach außen zu tragen. Und das ist das Eigentliche, dass du, jetzt könnte man fragen, wo kommt das her, wo haben wir dieses Geschenk des Bewusstseins her, dass wir überhaupt solche Fragen bewegen können, dass wir uns damit beschäftigen können oder uns erkennen können. Und dann haben wir den Widerspruch zwischen Geist oder dem Formlosen und dieser formbehafteten Welt, in der wir sind. Beziehungsweise wie ist es möglich, dass dieser formlose Geist hier in die Materie einzieht und diesen Körper zum Beispiel betreibt. Das hört sich so ein bisschen theoretisch an, aber es ist nicht anders beschreibbar. Wir könnten mal für einen Moment das Bild des Bio-Roboters nehmen, jetzt jenseits von diesem Transhumanismus. Ich benutze diesen Körper, ich habe ihn, um hier etwas zu tun und ich habe hier Erfahrung und das ist schön, aber das ist eben nicht alles. Und jetzt muss man gucken, wie kann das Bewusstsein Realitäten erschaffen? Wie kann Bewusstsein in andere Räume einsteigen? Wir machen das im Prinzip auch, wenn wir eine Visualisation machen oder wie gerade bei der Zitrone, da haben wir ja auch ein Bild erschaffen und haben auf das Bild reagiert, was wir erschaffen haben. Und Merkaba ist ein uralter Begriff, ein uraltes Konzept, Lichtkörper hattest du gesagt. Der physische Körper ist das eine, aber hinter dem physischen Körper gibt es mehrere Ebenen von feinstofflichen Körpern, die immer feiner werden, bis sie dann eben strukturlos werden, wo dann die Seele oder mein Geistfunke dahinter steht. Und die Merkaba ist eine dieser Schichten von Feldern, mit denen ich interagieren kann hier auf der Erde in dieser Dimension, um jetzt diese Erfahrung überhaupt machen zu können. Im Großen ist alles überall jederzeit vorhanden. Und theoretisch ist es von hier bis Aldebaran, was vier Millionen Lichtjahre sind, ein Katzensprung. Also ich müsste mich nur auf die richtige Frequenz einstimmen und dann wäre ich da. So weit sind wir noch nicht, aber theoretisch ist es halbwegs klar, wie es funktioniert. Jetzt haben wir uns hier also eingestimmt und damit wir diese Realität dekodieren können, brauchen wir unseren Lichtkörper. Das lässt sich schwieriger klären, weil es so eine halbe Oktave über unserem menschlichen Bewusstsein ist. Aber vielleicht mit einem anderen Bild. Der Raum ist voller Wellen und da gibt es Funkwellen, Radiowellen, Fernsehwellen und so weiter. Und wenn du jetzt Radio hören willst, musst du einen Radioempfänger haben, um die Realität des Radios dekodieren zu können. Das Radio ist da. Da sind alle möglichen Sender hier in der Luft. Ich höre sie nicht mehr, aber sie sollen da sein, habe ich gehört. Und um sie dekodieren zu können, brauche ich einen Empfänger. Um Fernsehen zu gucken, brauche ich einen Fernsehempfänger. Um telefonieren zu können, brauche ich einen Telefonempfänger. Und jeder hat einen eigenen Frequenzbereich. Und jetzt könnte man sagen, Realität auf der Erde ist der Frequenzbereich. Realität auf Aldebaran ist der Frequenzbereich. Und damit ich dort mich eintunen kann, muss ich das als Seele, mich natürlich auf diese entsprechende Frequenz einstimmen. Und das, womit ich das mache, ist der Lichtkörper. Den hast du automatisch. Du musst dafür nichts tun, der ist einfach da. So wie du den physischen Körper bekommen hast. Aber Bewusstseinsentwicklung geht dahin, schrittweise bewusster zu werden und autonomer oder sich zu lösen von den autonomen Prozessen und bewusst zu interagieren. Nicht mehr jedem Hass, Wut, Angstimpuls dieses Körpers zu folgen, sondern den Körper schrittweise zu trainieren, zu entspannen, größere Realitäten zu erkennen und nicht auf alles zu reagieren. Und irgendwann dann eben ja nicht diesem Sterben ausgeliefert zu sein, sondern wenn ich sterbe, auch bewusst steuern zu können, wo ich hingehe. Oder bewusst auch den Übergang zu gestalten. Das sind alles Sachen, womit du dich beschäftigen musst, wenn du dich mit Merkaba beschäftigst, was da alles dranhängt. Also die Identifikation mit dem physischen Körper zu lösen und sich auf einer anderen Ebene wiederzuerfahren? Oder ist das ein Körper in dem Sinne wie der Emotionalkörper, Mentalkörper oder vielleicht Ekerkörper? Sozusagen. Ja, so könnte man das sagen. Und er hat halt eine geometrische Form. Und das kann man auch zeigen. Er hilft dir eben, diese Realität zu dekodieren, sagen wir mal. Und naja, da ist ein geometrischer Körper, der nennt sich Sternthetraeder. Und da gibt es zwei Ausrichtungen, wie der Sternthetraeder auf die Realität gucken kann. Ja, und das Lustige ist, ein Mann guckt auf die Realität anders, als die Frau auf die Realität guckt. Ja, wir sitzen jetzt hier vor einem technischen Gerät oder der Zuschauer sitzt zu Hause, hat da den Laptop. Und das können wir jetzt Realität nennen. Ja, und der Mann guckt da drauf und sagt, oh, was ist denn das für eine Auflösung? Was hat denn der für technische Daten, der Computer? Und die Frau guckt vielleicht drauf, kann man die Kabel nicht irgendwie verstecken oder so? Ja, das eine ist die Realität. Vielleicht müsste man wieder geputzt werden. Ja, genau. Ganz klischeehaft, aber es ist halt so. Und der Blickwinkel, wie du die Realität betrachtest, ist nicht vordergründig biologisch, sondern hängt schon in deinem Geistkörper drinnen. Wie du dich energetisch ausgerichtet hast, hier auf die Welt zu schauen. Und dann folgt der physische Körper dieser Ausrichtung. Aber in der ersten Stufe ist es dieser geometrische Körper, dieser Sternthetraeder, der entweder in der männlichen Position oder in der weiblichen Position erscheint auf dieser Realitätsebene. Und ist das der Körper, der sich um das Herz, das Herzchakra entfaltet? Oder kann man das so nicht zuordnen? Das kann man so pauschal nicht zuordnen. Das Energiesystem des Menschen ist noch ein kleines bisschen komplexer. Der Sternthetraeder, die Basis des Sternthetraeders sitzt zwischen den Beinen im Terrineon. Wenn du diese Zeichnung von Leonardo nimmst, die Proportionsfigur, hat jeder schon mal gesehen, da sieht man, dass die Armspannweite gleich der Körpergröße ist. Und wenn man das Quadrat nimmt, die Diagonalen einzeichnet, findet man die Mitte des Körpers. Und die Mitte des Körpers ist da, wo die Genitalien sitzen. Und das ist der Ankerpunkt, wo dieser Sternthetraeder sitzt. Jetzt haben wir in der Mitte die Pranaröhre oder einen Energiekanal, der durch den Körper hindurch geht. Der geht sozusagen von der oberen und zur unteren Spitze von dem Sternthetraeder. Und auf dieser Pranaröhre oder durch diese Pranaröhre fließt jetzt Lebensenergie. Und dann haben wir einzelne Chakren und können aus den Chakren Energie auskoppeln. Oder in unserer Menschheitserfahrung eben die Realität aus unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen. Für die, die das Chakrenkonzept nicht kennen, es gibt das Basischakra. Das ist halt erstmal grundsätzliches Überleben oder eben Erdung, Ankommen. Dann gibt es das Sexualchakra. Beim Kind ist das Kontakt mit der Mutter oder Kontakt mit anderen aufzunehmen. Und später dann auch Vervielfältigung oder Vermehrung. Und dann kommt das Machtzentrum. Und das sitzt im Bauch. Und jetzt können wir, wenn wir nur die drei Zentren anschauen, kann man das Leben eben aus diesen drei Zentren herausleben. Und sagen, es geht nur ums Überleben. Survival of the fittest. Darwin hat recht und wir müssen kämpfen. Wieder wie bei dem Beispiel mit dem Laptop. Das eine ist die Realität und das andere ist, wie gucke ich sie an. Das heißt, die populärste Perspektive. Vielleicht, ja. Anführungsstrichen. Oder in der nächsten Etage dann Frischfleisch. Wo kann ich mich vervielfältigen? Wo kann ich meinen Samen verteilen? Weil es geht nur ums Überleben. Oder eben Macht. Wie kann ich Macht erlangen? Wie kann ich größer werden? Machen doch alle hier nur, geht doch nur um Macht auf diesem Planeten. Also mache ich das Spiel mit. Das Interessante ist, in der Chakrenlehre gibt es eine Grenze zwischen dem dritten und dem vierten Chakra. Und das vierte ist das Herzzentrum. Und wir haben das kulturell, und das ist völlig in Ordnung und richtig so, ein Kind hat irgendein Konzept davon, was es heißt, verliebt zu sein. Ja, und dann fragt man, fragt das, was ist denn das Liebe oder manchmal auch so verschämt, die Lisa ist in den Keter oder so, wenn meine Tochter da aus der Schule erzählt. Aber gleichzeitig gibt es die Regel, wir schießen niemand über diese Grenze hinweg, sondern wenn, das muss von alleine passieren. Irgendwann wirst du dich verlieben und dann wirst du es merken. Wir können alles Mögliche drüber reden, auch das können wir nicht kontrollieren und nicht planen, sondern es passiert irgendwann. Aber wenn das passiert, dann gibt es, öffnet sich irgendein Tor, was zwischen der dritten und der vierten Ebene von den Chakren liegt. Und dann siehst du die Welt mit rosa Brille und völlig anders und denkst, der, in den du dich verliebst oder die, in die du dich verliebst, ist die schönste Frau der Welt und die beste und die schönste und die wunderbarste. Und irgendwann, also kommt schon gleich das nächste Chakra hier, Kehlkopf. Du kannst zwar die Liebe empfinden, aber du musst die Liebe auch ausdrücken. Das heißt, du musst beginnen zu sprechen. Oder in der Liebe stellst du fest, manche Sachen sind jetzt doch nicht so schön. Der andere übertritt meine Grenzen oder manipuliert mit meinen Gefühlen oder so. Da muss ich auch das Chakra verwenden und aussprechen. Oder eben, wenn ich es runterschlucke, wenn ich mich nicht traue, dann, naja, fangen die anderen an, mir rumzuziehen, mich in ihre Richtung zu manipulieren, aber dann lebe ich nicht mein Leben. Und es geht eben darum, mein Leben auszudrücken, meine Qualität in die Welt zu bringen, meine Weltsicht zu bringen. Also nicht, um das Ich vorzudrücken, sondern um mit meinem Funken meiner inneren Schönheit die Welt zu befruchten oder die Schönheit hervorzuzaubern. Und da ist, wenn du dann weitergehst, jetzt sind wir beim Kehlkopf, dann haben wir das dritte Auge. Das wäre dann eine höhere Sichtweise und eine Krone Verbindung zu der geistigen Ebene. Und wenn du alle, sagen wir, gemeistert hast oder durchzählst, ist das Herz halt die Mitte von allen. Und das ist ein Zentrum, durch das man die Realität anschauen kann und aber ein sehr wirkungsvolles, sehr schönes. Und das Zentrum, was sozusagen in dem Frequenzbereich arbeitet, in dem auch die Natur arbeitet, das Leben kommuniziert, Pflanzentiere, Menschen miteinander Kontakt halten. Also wir Menschen können uns auch emotionslos mit Worten unterhalten. Das ist zwar anstrengend, aber wir können das machen. Aber wenn ich zu einem Hund sage, Platz, Sitz, ohne irgendein Gefühl dazu, dann ist das für den Hund ohne Bedeutung. Der Hund reagiert auf das Gefühl, was ich transportiere. Das muss da sein, sonst kommt das nicht an. Und das Gleiche zum Tier, Pferd, was weiß ich, und Pflanzen auch. Also die arbeiten alle auf der magnetischen Ebene, könnte man sagen. Und der Verstand ist elektrisches Feld und das kommt im Tierreich nicht so schnell an. Ja, das kann ich bestätigen. Also wir haben seit einem Jahr einen Hund. Also du kannst dir nichts vortäuschen, wenn du es selber nicht müllst. Genau, du musst authentisch sein, hätte ich gefühlt. Ja, genau. Das ist ein unglaublicher Trainer für Authentizität. Permanente Spiegel zu sehen, wo die Sachen nicht konkurrent sind. Ja. Also das Herz ist in dem Sinne unser magnetisches Feld. Das ist der Generator des magnetischen Feldes. Und gleichzeitig aber auch der Empfänger für das Hintergrundfeld, wo die Lebensenergie in dich hineinzieht, in den Körper einzieht. Oder wo deine Seele angekoppelt ist, wo du Informationen herbekommst aus der Realität. Also auch der Sitz unseres Ichs, unseres Ich-Funkens, oder? Ja, also des Höheren Ichs. Es gibt das hier, das immer überleben will. Und es gibt das Höhere Ich. Aber es ist nicht der Sitz. Das ist das Portal. Das ist, dein Computer ist auch nicht, wenn du jetzt diesen Film guckst und mich siehst, ist dein Computer nicht der Sitz von mir. Das ist nur das Portal, durch das ich jetzt zu dir ins Wohnzimmer komme. Ja, das Ich wiederum, das ist formlos. Das kannst du nicht greifen. Das ist nur das Portal, durch das das in die Welt kommt. Also das habe ich jetzt vor ein paar Wochen gelesen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeinen Sinn macht, dass sich einer der Herzknoten tatsächlich löst, sobald, in Anführungsstrichen, die Realisation einer selbst oder des Selbst erfolgt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich etwas physisch verifizierbares ist. Dann müsste man in der Quelle gucken, was er mit Herzknoten meint, was er darunter versteht. Aber es ist schon so, dass wir, wir kommen als herzliches, offenes Wesen in die Welt. Ja, so wie dein Hund, der reines Gefühl ist, es ist ein Kind auch erstmal reines Gefühl. Und dann legen wir halt verschiedene Schichten drüber. Und dann gibt es Situationen, wo wir verletzt werden, wo uns irgendjemand zu nahe tritt, wehtut oder sowas. Und dann verschließen wir uns. Wir trennen einen Teil von uns ab. Und dann hat das aber physische Auswirkungen, weil wir einen Muskelpanzer bilden. Also der Muskel speichert bestimmte Informationen. Was passiert, wenn wir uns erschrecken? So ziehen wir uns zusammen und der Atem bleibt stehen. Und wenn man das nicht bewusst löst, ist ein Teil von uns, was einfach immer zusammengezogen lebt. Also das bedeutet, der Herzmuskel verkrampft sich? Zum Beispiel, ja. Der Herzmuskel verkrampft und der Brustkopf verkrampft. Und du erlaubst dir nicht mehr, frei zu atmen. Was passiert? Dir ist etwas unangenehm. Du musst etwas aussprechen. Und dann ist dir schlecht, weil ich will es eigentlich nicht, aber ich muss dieses Gespräch führen. Und dann merkst du, das schnürt dir förmlich die Brust zusammen oder den Brustkopf. Das sagen wir auch. Und dann sprichst du es aus und was machst du dann? Jetzt ist mir leichter ums Herz. Und dann öffnest du dich wieder. Dann dehnt sich der Brustkopf, das Herz kann wieder schlagen. Und das, was dich bedrückt hat, was dich eingeengt hat, ist weg. Es gibt ein schönes Märchen, der Froschkönig in der Eiserne Heinrich. Die Prinzessin sitzt am Brunnen, hat die goldene Kugel und schmeißt die immer hoch und runter. Man könnte sagen, es ist der Sonnenlauf oder das Leben. Und die Kugel fällt in den Brunnen und dann kommt der Frosch und sagt, ich kann sie dir geben, aber dann musst du mich mitnehmen auf dein Schloss. Und die Prinzessin sagt, ja, ja, mach ich. Bring mir mal die Kugel. Der Frosch bringt ihr die Kugel, sie nimmt die Kugel und geht. Und der Frosch hüpft hinterher. Und dann steht da vor dem Schloss vor, lass mich ein, du hast es mir versprochen. Und der Vater sagt, sie sagt, nee, du ekelst mich an, ich will dich nicht. Und der Vater sagt, du hast es versprochen, also lass ihn ein. Ja, um das so ein bisschen abzukürzen. Er kommt irgendwann bei ihrem Schlafzimmer an und sie nimmt den Frosch und entweder sie küsst ihn oder sie schmeißt ihn gegen die Wand und herunter tropft ein Prinz, der verwandelt worden ist in einen Frosch. Man könnte auch sagen, der Prinz ist ja eigentlich ein Symbol für eine erhabene Persönlichkeit, also für einen Mensch, der bestimmte Ideale hat und Schönheit und sowas repräsentiert. Der gute, edle Ritter, sagen wir mal. Und der hat sich aber eben zum Schleimer entfaltet oder entwickelt. Zum Schleimer, zum Kriechtier, zum Lurch, zum Reptil. Das ist Symbolsprache. Und das Märchen will es, dass sie dann heiraten und glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Und sie fahren aber mit einer Kutsche in das Schloss des Prinzen. Und unterwegs knallt es dreimal. Also das Paar sitzt in der Kutsche, es knallt dreimal und auf der Kutsche sitzt oben Heinrich. Heinrich ist der Diener des Prinzen. Und der Prinz ruft aus der Kutsche, Heinrich, der Wagen bricht. Dreimal. Und Heinrich sagt, nein, es ist nicht der Wagen, der bricht. Sondern als sein Prinz in einen Frosch verwandelt worden ist, war er so traurig, dass sein Herz geschmerzt hat. Und er hatte Angst, dass sein Herz zerbrechen könnte. Also er hatte Angst, es könnte zerspringen vor lauter Schmerz. Deswegen ist er zum Schmied gegangen und hat sich drei eiserne Bänder schmieden lassen, die er sich hat um sein Herz legen lassen, damit das Herz vor Schmerz nicht zerspringt. Und als er dann also seinen Prinzen wiederbekommt oder sieht, wie er wieder in seiner vollen Kraft ist, dann fällt der Schmerz von dem Herzen ab und das Herz dehnt sich aus und sprengt diese Ketten. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr kraftvolles Bild. Wir lösen einmal den Schmerz aus der Kindheit, den Schmerz über die erste Liebe und was es da so alles gibt. Und vielleicht auch diese Schichten der Persönlichkeit oder der falschen Konzepte, was Realität ist, was wir sind. Also ich komme aus einer Arztfamilie oder wir sind seit 500 Jahren vom Stamme der und wir können uns zurückverfolgen bis 1500 oder was weiß ich. Und das fällt weg hin zu, ich bin formlos, ewig und liebevoll und so weiter. Also würdest du dann sagen, dass alle Traumen letztlich sich im Herzen manifestieren oder speichern in dem Sinne, bis sie dann von dort auch wieder, sag ich mal, gelöst werden oder erfahren werden? Ja, auf der niedrigsten Ebene haben wir unseren physischen Körper, wir haben den Emotionalkörper und wir haben den Mentalkörper. Mental ist das, wo unsere Gedanken sitzen und Emotionalkörper das, wo unsere Gefühle und Emotionen sitzen. Und jegliche Verletzung, jegliches Trauma oder jegliche auch normale Erfahrung hat immer drei Ebenen. Ich erfahre sie auf der physischen Ebene, auf der mentalen Ebene und auf der emotionalen Ebene. Es ist immer auf allen drei Ebenen da. Und ganz oft hast du Menschen, die haben auf der mentalen Ebene verstanden, warum was passiert ist. Aber emotional ist das nicht verarbeitet worden. Vielleicht auch körperlich hast du den Unfall geheilt, kannst wieder laufen oder hast auch etwas erlebt, was dich physisch gar nicht verletzt hat. Aber emotional und mental hat es dich getroffen. Und mental ist es, irgendwie hast du dir ein Konzept zugelegt, warum es passieren musste oder passieren sollte oder was auch immer. Aber emotional ist es nicht verarbeitet. Und dann hängt es halt im System drin und das muss befreit werden. Weil du sonst eben nicht frei bist. Freiheit heißt ja, nicht alles zu tun, sondern alles tun zu können. Ich muss nicht alles tun, aber ich kann alles tun. Und wenn jetzt meine Freiheit heißt, ich kann das und das machen, aber dort gehe ich nicht hin, da ist Schmerz, dann bin ich nicht frei, sondern dann hat der Schmerz immer noch eine Auswirkung auf mich oder eine Macht über mich, weil er sagt, ich bin da, aber hier willst du nicht hin. Vielleicht in der Kompensation oder Vermeidung. Ja, genau. Oder Überkompensation. Wir haben ja verschiedene Wege, wie wir mit Verletzungen umgehen. Das gibt es ja auch noch. Und das ist dann genau dieser, sag ich mal, andere Zugang oder Arbeit mit der heiligen Geometrie, wo du dann eben diese, 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 ja, in deiner Arbeit, sag ich mal, die Herzöffnung oder sich genau mit diesen Themen oder genau von diesen... Genau. Also ein Stück weit, ein Stück weit machen wir das ja hier in dem Gespräch auch. Durch Geschichten und Bilder, vielleicht merkst du das oder die Zuschauer, wir knüpfen ein größeres Bild und plötzlich ändert sich was in dir, in deiner Realität, in deiner Weltwahrnehmung und du fühlst etwas, vielleicht hast du auch ein, zwei Mal geschluckt, an deine Geschichte gedacht oder durchgeatmet oder so. Also das, das tut etwas. Und das sind, das lässt sich nicht logisch abbilden. Du könntest nicht einen Computer hinsetzen, der jetzt diese gleichen Worte emotionslos sagt. Das würde nicht funktionieren. Sondern meine Präsenz, deine Präsenz baut ein Feld auf, was in Resonanz mit dem Zuhörer geht und bei ihm etwas auslöst. Und das, darum geht es, dass er das wieder fühlen kann, was ich hier sage oder warum ich das sage. Und da ist die Geometrie in der Brücke, die Geometrie ist nicht das Alleinige. Bei dem einen ist es dieses Bild, bei dem anderen ist es das Bild. Der eine fängt da an zu weinen und der andere bei dem Bild kriegt dann Schauer im Rücken oder so. Ja, also ich vermute, wir kratzen gerade so an der Oberfläche. So ein bisschen, ja. Ja, also ich danke dir erstmal ganz herzlich für diese, sage ich mal, herzöffnende Einführung in die heilige Geometrie. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich werde auf jeden Fall Informationen über dich zu unserem Gespräch anfügen, sodass jeder, der sich da angesprochen fühlt oder in Resonanz geht, mehr über dich erfahren kann. Hast du vielleicht noch etwas, was du, ja, noch so als Schlusswort oder möchtest du vielleicht noch etwas vorstellen? Du bietest natürlich auch Seminare an und Seminare an, genau. Die findest du alle auf meiner Seite pythagoras-institut.de. Die kannst du wahrscheinlich verlinken. Ja, genau. Die füge ich einfach hier unten in die Beschreibung an. Genau. Und wenn du auf der Seite gehst, bist, dann gibt es auch einen Unterpunkt, der heißt Shop. Dort findest du meine Bücher. Ich habe ein Herzbuch geschrieben, ein Merkaba-Buch, ein Buch über die Geometrie. Ich habe DVDs produziert und du findest auch ganz viele Filme und Interviews von mir im Netz. Und dass das Wissen breit gestreut wird, ja. Aber natürlich hilft mir das, wenn du meine Arbeit unterstützt, eben indem du einkaufst, ins Seminar kommst, weil vieles können wir jetzt hier nur anreißen. Entschuldigung. Wenn wir aber jetzt fünf Tage mal intensiv zusammenarbeiten, dann kann ich dich viel tiefer an das Herz ranführen und das viel intensiver spüren lassen. Und ich würde mich freuen, dich oder dich oder dich da draußen sozusagen mal zu sehen, zu begegnen und wirklich von Mensch zu Mensch kennenzulernen. Nicht nur theoretisch über den Computer, über den Bildschirm, sondern wirklich wieder auch von Herz zu Herz. Also sind dann tatsächlich Präsenzveranstaltungen? Herzseminare kann man eigentlich nur in Präsenz machen. Es funktioniert manches auch übers Netz, aber man hat ja auch eine Verantwortung, wenn man mit dem Herzen arbeitet, kann was aufbrechen und da muss jemand da sein, der das auffangen kann. Das kann man nicht über den Bildschirm so einfach machen. Ja, also ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit gehabt hast, dass du uns hier mitgenommen hast. Danke für die Einladung. Diese Reise, ja. Und natürlich auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, fürs Neugierigsein. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, gerne. Danke. Viele Grüße zu dir und viele Grüße an alle Zuschauer draußen. Ja, macht's gut. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke.